Also müssen wir jetzt wieder hinten rüber. Ich denke mal, die Zugbrücke wird wieder von zwei Winden gehalten, oder? Bin ich denn jetzt hier? Aha. Ich bin hinter der Zugbrücke. Zumindest ungefähr. Das heißt, wir müssten da jetzt mit Telekinese rankommen. Magie wird hier nicht. Ah, du befindest dich in einer Anti-Magie-Zone. Wie gemein. Dann werde ich wohl auf der anderen Seite die Winde noch runter machen müssen. Oder was ist das hier? Ja, sieht wohl so aus. Oder konnte ich da noch irgendwas machen? Ich hätte jetzt irgendwas übersehen. Sollen wir mal eben schauen. Nee, da rüber springen. Ich kann es mal probieren, aber das sieht mir eher nach Scheitern aus. Wie ich sagte. Okay. Moment, Levitation könnte helfen. Ob ich da rüber levitieren kann? Also nein. Das hört sofort auf. Sobald ich da reinkomme, ist die Levitation weg. Naja, gut. Und dann also wieder zurück. Jetzt drücke ich nochmal den Schalter. Da muss ich wahrscheinlich über diese Stacheln da drüber weg levitieren. Da ist schon wieder so eine blöde Bestie da drin. Ich kann auch versuchen, da nochmal drüber zu springen, aber... Nee. Da muss ich drüber levitieren. Okay. Oder gibt's da noch was anderes? Teleportieren? Nee. Levitieren muss ich, ne? Ja. Eine Truhe. Oh Gott, ey. Die sind schon wieder so mega... schwer... verschlossen. Skelett beschwören. Okay. Vielleicht können wir nochmal einen Fred gleich holen. So. In der Hoffnung, dass jetzt die Zugbrücke runterkommt. Eine Armbrust haben wir gefunden. Was ist das denn hier? Da sehe ich doch hier wieder so blöde Bestien. Kommen wir anscheinend... erst mal nicht ran. Vielleicht ist dafür die Winde... hier an der... Zugbrücke... Die Zugbrücke ist gar nicht unten. Was zur Hölle? Wir haben das da aufgemacht, aber... Was... Was... Ja... Bringt uns das? Hä? Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage. Aha. Okay. Da ist dieses Tor, wo wir gerade drauf gucken. Und da hinten ist die... Zugbrücke. Hier. Hier ist die Zugbrücke. Aber da komme ich doch nicht her. Wie kann ich denn da her? Ist da etwa irgendwas, was ich mit Telekinese drücken muss? Sieht nicht so aus. Ah. Ich verstehe es nicht. Vielleicht nochmal drücken. Also das Ding da hinten bleibt auf jeden Fall jetzt immer auf. So viel ist schon mal sicher. Jetzt ist nur die Frage... Wie geht's weiter? Aha. Nautilus... Fuck, ich habe keine Nautilus. Nein. Ich habe die Nautilus vergessen. Kannst du da durchkriechen? Natürlich nicht. Hä? Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Ah, okay. Okay, das heißt jetzt also... Ich muss jetzt irgendwie an eine Nautilus-Verwandlung rankommen, ja? Sehr gut. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Gerade eben noch zur Levitation. Und um hier hinzukommen, mussten wir ja, glaube ich, auch noch levitieren und alles Mögliche. Ja. Wunderbar, ne? Also wir sind da. Das heißt, wir müssen irgendwie hier runter. Wir sind hier runter levitiert. Äh. Okay. Banditenlager. Tja. Tja. Tja, es tut mir leid, liebe Leute. Aber wir müssen noch mal hier hin. Wir brauchen noch ein paar Spruchrollen. Was? Zeit. So, Nautilus. Dankeschön. Jetzt dürfen wir da wieder langlaufen. Das war hier irgendwo die Wand entlang, ne? Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich glaube, wir sind hier irgendwo. Ah, hier. Da wäre jetzt Torchlight geil. So diese Stadtportale, dass du dann da auch wieder zurückkommst. Naja. Jetzt dürfen wir uns auch wieder runterlevitieren und alles. Wie viel haben wir denn noch? Levitation, neun Stück. Ja, könnte knapp werden, ne? Na, werden wir sehen, ob das reicht. Naja, das ist noch die falsche Seite. Müssen wir erstmal hier weiter durch. Da lag noch ein toter Wolf. So, hier war das, glaube ich, ne? Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ne. Auf der anderen Seite. Ne. Was sind wir denn jetzt gerade? Achso, hier war's. Da hinten war's. Jawohl. Levitation. Levitation. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder warten, bis wir da unten ankommen. Und dann gehen wir mit der Nautilus-Verwandlung wieder in dieses Grab da rein. Ich bin gespannt, ob das jetzt, äh, ob ich jetzt endlich alles habe. Aber ich bin mir nicht so ganz so sicher. Ich glaube, da werde ich gleich für irgendwas nochmal, irgendwas wird noch kommen. Irgendwie, da bringen sich die Büsche komisch. Hm. Schön, wie du... Irgendwie, ich wollte gerade sagen, vergeht die Zeit nicht. Jawohl. Ich hab wieder einen Bug. Ich fliege. Yay. Das ist echt. Echt, äh, nicht mehr lustig, sowas. Das ist echt nicht mehr lustig. Jetzt darf ich nochmal darunter levitieren. Boah, das dauert doch immer so ewig. Hä? Hä? Bin ich hier etwa an ein automatisches Speichern gekommen? Oh mein Gott. Er hat automatisch gespeichert. Boah, wir müssen nicht nochmal hier runter levitieren. Immerhin etwas. So, und hier hoch. So. Hier geht es weiter. Dann war das hier lang. Hm, hm, hm. Da liegen tote Viecher. Kann also nur sein, dass es hier richtig ist. Hier oben war die Barriere, genau. Da hinten war sie. Und wir suchen noch immer das Priestergrab. Nein, da war sie nicht. Sie war doch auf der anderen Seite. Beziehungsweise, das ist ja dann das Priestergrab. Aber wir suchen noch immer den Sarg. Hä? Bin ich jetzt völlig bescheuert? War es doch da hinten, ja? Ah, okay. Äh, hier können wir glaube ich runter. Das müsste doch dann hier gewesen sein, oder? Jawohl. Oh, das ging ja dann doch schneller als gedacht. Ah, nein. Hier muss ich lang. Und jetzt geht es mit der Nautilus weiter. So. Lustig wäre es jetzt, wenn alles umsonst gewesen wäre und das uns gar nicht weiterbringt. Aber, naja. Man muss ja alle Wege gehen. Oh, da steht wer. Ist das etwa der Priester? Bist du der Priester? Ganz alleine? So. Okay, er war ein Priester, aber irgendwie anscheinend der Falsche. Okay. Ja.